Oh, der Hut rutscht, so. Hey, mein Hut, warte! Schau, Elefant, da hat jemand ein Schild aufgehängt. Da steht, es ist Jagd, hat wohl den Jäger aufgehängt. Gut, dass du lesen kannst. Ich hätte jetzt nicht gewusst, was da steht. Komm, ich zeige dir noch einen neuen Buchstaben. Oh ja, das wäre toll, ich kenne noch nicht alle. Dann schauen wir doch wieder ein kleines Filmen dazu an. Super, ich liebe Filme. Das ist der B wie Bär. Es gibt einen grossen B und einen kleinen B. Es gibt auch einen grossen Bär und einen kleinen Bär. Bühne fängt auch mit B an. Jetzt kenne ich schon den B. Halt, halt, jetzt wird noch geschrieben. Stimmt, das vergesse ich immer. Ja, das stimmt. Also, komm mit. Schau genau hin. Von oben nach unten, nach oben hüpfen und den ersten Bauch und dann den zweiten Bauch schreiben. Das kann ich mir gut merken. Der Bär hat ja auch einen grossen Bauch. Genau, also, nun übe schön. Tschüss, bis bald. Bis bald. Kleiner Böck, wie kleine Biene. Wasserböck wie grosse Biene. Blob. Blip,, Flub. Untertitelung des ZDF, 2020